was soll man dazu sagen man was soll man dazu sagen marco russ ist wieder da kann ich denn noch mal ich finde dieses menü so was von unübersichtlich der es ist so schlimm es ist so schlimm wird man sich in früheren viel verteilen immer sehr von selbst zurecht fand weil es super einfach aufgebaut war ist mittlerweile echt anstrengend so wir gehen auf eine andere position mit andre russ und zwar auf rechter flügel da sehe ich ihn schon eher verteidigung wie gesagt er wird zu oft überrannt das ist der wahnsinn ist einfach der wahnsinn okay so wie sieht es aus in sachen kalender wir spielen jetzt gegen sterwa den ersten dann spiel gegen rapid dann kommt das pokal spieler mal die zwei spiele noch gegen sterwa und rapid und dann gehen wir richtung pokal spiel also nächste partie gegen sterwa bukarist ach das will ich doch gar nicht man das interessiert mich die aufstellung von denen so gucken wir mal ich dass man mcnamara heute von beginn an spielen beloso kriegt mal wieder ein bisschen einsatzzeit und ansonsten passt der rest für mich wir lassen mal butschu ran für ogunbai für den anfang und russ kommt von der bank runter da darf kussaba mal sitzen schmied auch ein bisschen platt da darf der andere russ drauf richter spielt heute wieder let's go beim tabellenführer sterwa beim fcsb sind wir jetzt zu gast es könnte eventuell das schwerste spiel der saison werden ich rechne mir natürlich nicht viel aus bin ich ehrlich pineda pineda nicht schlecht führung führung durch luis pineda das ist sehr sehr stark schon mal gute guter starten dieses spiel mcnamara und mit tempo geht es hier mal nach vorne ist sehr schön telles mcnamara und da ist body stehanu nach vorarbeit von butschu ecke von neudecker body stehanu hat verzogen dieser schuss von unserem links verteidigertalent gut unterbunden aber der ballverlust darf nicht sein so ein ballverlust darf nicht sein denn jetzt wird gefährlich sehr schön richter klasse ecke für fcsb super verteidigt von serrao wichtig butschu macht das gut auf mcnamara wieder butschu und niemand in der mitte und da ist neudecker junge warum schießt du nicht schließt doch ab warum warum hat er nicht geschossen probier es doch wenigstens what the fuck body stehanu im fehlpass veloso ist mittlerweile wirklich einfach nur noch ein krasser stand fußballer ich meine war nie der laufstärkste spieler achtung pineda pineda body stehanu noch junge was macht ihr denn kann ich bin das 20 einfach machen putschu verliert den ball schade super ball gewinn nach unsauberen pass von sterwa junge junge ja das unvermeidbare passiert das 1 zu 1 fällt sterwa ist am start am sterwa start und versenkt den ball wir lassen mal ihn spielen wir lassen mal ihn spielen veloso darf auf dem feld bleiben keine ahnung was ich wechseln soll ganz ehrlich let's go jungs machen wir trotzdem ein gutes spiel dürfen uns da jetzt auch nicht zu sehr von vorne sichern lassen an sich war es hier bislang gutes spiel wir hätten schon 2-0 führen können bin ich ehrlich das war mutig junge nochmal der pass zu richter hier schlechter freistoß von serrao rutscher klasse ah neudecker kriegt den ball fast gut gehalten von richter und wir spielen tatsächlich unentschieden ist ein gefühlter sieg 1 zu 1 bei ffc sb in bukarest das ist sehr sehr wichtig das sind big points auf jeden fall gar keine frage ähm das ist super das ist toll aber es ist eigentlich auch zu wenig ein sieg würde uns tatsächlich mal gut tun so dann belebe wieder spielen lass mich raten du bekommst deine chance bro eigentlich finde ich es ja auch gut dass er immer bock hat zu spielen immer heiß drauf ist ach wir haben so viel abstand ey wir haben so viel abstand guck mal ein botuschani gegen uns nicht gewonnen hätte hätten die 25 wir würden auf 23 stehen das wäre eine ganz andere welt aber blablabla so rapid letztes saison spiel wenn ich mich nicht täusche dementsprechend können wir auch nochmal ein bisschen rotieren schirian kommt links außen ist jemand platt das ist body stehe anu für ihn kann mal russ ran da mal wieder einsatzzeit komplette defensives platt also lopez cc let's go sag ich nur ene ist platt für ihn da von mir aus russ spielen wenn es denn unbedingt sein muss und dem dem belay wollte spielen aber ich frage mich wo weil dem belay ist ja auch platt so ich stell den nicht auf ist viel zu platt junge also mal den anderen ene ran radu ins mittelfeld das wäre ein ersatzmann groß aber wäre ein ersatzmann der möglich wäre und von mir aus stellen wir auch gaitan mal wieder auf die bank genauso wie niago es sind halt alle spieler platt ne also jetzt die startelf und die muss eigentlich durchspielen weil mehr haben wir nicht let's go letztes saison spiel richter darf wieder von beginn an ran freut mich für ihn aber er hat auch ein gutes spiel gezeigt gegen steher war muss man wirklich sagen hat er gut gemacht kaltstart für richter aber er hat sich rehabilitiert so ein bisschen nachdem er dich immer überzeugt hat diese saison ich bin aber glaube ich im allgemeinen mit der torwart situation nicht ganz zufrieden wir bräuchten eigentlich mal einen besseren torhüter so ganz generell also wir haben drei auf gutem niveau aber die sind also drei auf ähnlichem niveau aber die sind alle nicht gut so rum alle nicht wirklich gut auch richter ist nicht wirklich gut mit seinen 65 ogumbayi führung für otzelul ich meine das macht jetzt den brat nicht mehr fett aber wäre schon gut hier nochmal mit einem sieg raus zu gehen on a high note vor dem pokal halb finale und ich glaube danach kommt auch noch das pokal finale also wenn wir das nächste spiel gewinnen wäre wichtig die frage ist halt nur spielen wir das halbfinale oder spielen wir das finale klar wenn wir das halbfinale verlieren gibt es kein finale aber aber die wahrscheinlichkeit dass das finale gewinnen ist halt größer wenn wir es spielen muss ich mir mal überlegen aber ich glaube ich bin zeit final weil wie gesagt sonst gibt es einfach kein finale ne ich glaube unser gegner im halbfinale ist ebenfalls rapid wer ist richtig im kopf ab und ogumbayi wieder mit einem abschluss das war die erste hälfte weiter so jungs ihr macht das bislang sehr sehr gut neudecker ist ein bisschen platt das nicht schlimm zentrale mittelfeldspieler hätten wir noch nur kein anderer darf platt sein also stürmer wenn platt ist haben wir ein problem chirri an sehr schön und das ist super gespielt und dann vertendelt rust die chance nächste chance boah junge neudecker alter also wir haben hier richtig gute torschancen so ist es nicht oh goodbye oh goodbye 2 zu 0 2 zu 0 aus aus da spielt nein spielt es nicht aus aber das ist sehr sehr gut alter das ist sehr sehr wichtig so wir wechseln nochmal Kussaba kommt rein Radu kommt rein von mir aus kann auch Gaitan nochmal ein paar spielminuten kriegen er kriegt keinen neuen vertrag genauso wenig wie Neagu beide werden den verein verlassen nach dieser saison insofern ja kann immerhin Gaitan heute nochmal ein paar minuten spielen schöner zweikampf hier von Cissé jetzt bauen wir aber eine spielunterbrechung sonst gibt es auch die wechsel nicht Ogumbayi Chirian ah schade fast der Steckpass auf Ogumbayi zum dritten Tor gut gemacht Richter lenkt den Ball an den Pfosten glaube ich oder zumindest am Tor vorbei super wie die Jungs sich hier rein werfen also die fighten hier richtig die kämpfen hier richtig jetzt noch die wechsel durch Radu gleich mal mit dem ersten Missverständnis und Gaitan ja ok war ein Versuch der nicht klappte und wir gewinnen unser letztes Saisonspiel mit 2 zu 0 Ogumbayi der überragende Mann in diesem Spiel schönes Spiel und wir gewinnen sogar zu 0 auch da machen wir nochmal einen Schritt sehr gut aber too little too late natürlich ja es tut mir sehr leid dass du du wirst hier schon auch spielen oder das kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen komm wieder in Form Bruder und du nerv nicht so Tedes du wirst nicht ausgeboten natürlich und Monsieur Marco Russ ist noch nicht bei 100% aber es passt schon du hast ein gutes Spiel gezeigt die eine Chance hätte von mir das machen können aber gut es kommt noch ein Spiel warte mal was ich dachte es kommt kein Spiel mehr oder wurden die nur noch nicht ach die wurden nur noch nicht terminiert ihr seid ja Keks ey ihr seid ja richtige Keks es kommen noch voll viele Spiele von wegen wir sind durch also wir spielen jetzt direkt nochmal gegen Rapid weil das ergibt Sinn dann gegen Sepsi dann gegen Bottoschani also wir kriegen noch eine Chance oh Gott ey die ganzen Luschenmannschaften kommen auch nochmal und dann spielen wir gegen Kluge das wird wild so wer will jetzt noch was von mir Dembele Junge der will jedes Mal spielen alle ich meine wie gesagt das ist natürlich okay es spricht ja für ihn alles gut der Junge ist heiß ah warte mal was ist denn jetzt für ein Modus was ist jetzt für ein Modus ich kenn den Modus nicht in dieser Liga sind wir jetzt in der Abstiegsrunde oder so Meisterschaftsrunde Relegation tatsächlich und was heißen die ersten beiden ich verstehe es nicht ich weiß nicht was die ersten beiden sind also die ersten sechs kommen in die Meisterschaftsrunde das heißt die spielen jetzt die Meisterschaft gegeneinander aus viel Spaß dabei und wir hier unten spielen jetzt die Relegation da geht es wahrscheinlich darum wer absteigt wir dürfen hoffentlich nicht letzter werden kriegen die Hälfte der Punkte die wir bis jetzt erspielt haben als Startguth haben das sind zwölf Stück damit haben wir jetzt nur drei Punkte Rückstand auf Bottoschani und Iasi und vier Punkte auf die drei davor also alles okay eigentlich wir müssen jetzt halt performen und das ist schwierig das haben wir schon festgestellt das ist sehr sehr schwierig zu performen mit dieser Mannschaft aber hey wir werden versuchen also Relegationsrunde ab der nächsten Folge dann kommt natürlich auch noch der der das Pokal Halbfinale wie gesagt das werde ich spielen und dann schauen wir weiter in diesem Sinne vielen Dank fürs zuschauen bis zum nächsten Mal und machts gut sagt euer Frittin Friseur Ciao aber der Belehr als Maul gibt es ja nicht aber der Belehr als Maul gibt es ja nicht so wir werden hat oder der Belehr als Maul ist ja nicht das ich wir wir das wir Untertitelung des ZDF, 2020